Meine Damen und Herren, willkommen in Montonale bei der Familie Girelli. Ich bin Claudio, einer der drei Brüder, die seit vier Generationen Wein produzieren, im Südlich von Gardasee, in der Gemeinde de Senzano. Präsentieren wir heute unsere Montonale, unsere Rheinsorte Turbiana. Montonale, dieser Wein kommt von mehreren Weinbergen herum, der Dorf Montonale. Der Boden kommt von Montonale, ist ein Lehmboden mit Kalk, ein älterer Lehm wie der Farbeetikett. Die besten Trauben werden in Weinberg ausgewählt von professionellen Mitarbeitern, die nur die besten Trauben wählen. Und diese kommen in Kälerei in circa maximal zehn Minuten, weil alle Weinberge sind herum unserer Kälerei. Eine sanfte Pressung mit der Wesenheit von Sauerstoff erfolgt, um Oxidation der edlen Komponente der Trauben zu vermeiden. Man wählt nur den ersten Teil des Monsters aus, den bei sehr sanften Drücken halten wird. Die Gärung des Monsters erfolgt in Edelstalltanks für circa zehn Tage. Dann wird der Wein für mindestens sechs Monate mit konstantem Batonnage auf der Feine Efe gelagert und reift weiter in der Flasche. Montonale, hellere Note, fruchtige und blumige Dünfte, blumige Aroma, intensiver Geschmack im Gaumen. Dann kommt diese gelbe Frucht, Aprikose, Birne auch und die Besonderheit von der Geschmache von Montonale ist, dass der Wein bleibt im Gaumen. Der Geschmack bleibt und bleibt und bleibt. Dauert sehr lange. Das ist eine Besonderheit von Qualitätsweinen und Montonale ist eine von diesen. Vielen Dank und schöne Verkostung. Vielen Dank.